Anfangen wir einmal mit der Rohinstallation, das heißt Sanitär, Heizung und Lüftung. Dann kommt die Fußbahnheizung, dann kommt der Technikraum, da wird die Wärmepumpe aufgestellt mit einem Buffer und dann kommt das schon die Bodenwand setzen, Duschtasse setzen, kompletieren, das heißt Waschbecken montieren, Armaturen montieren. Wir tauchen bei der Firma EIMTEK die abwechslungsreiche Tätigkeiten sowie das gute Arbeitsklima. Wir können als Lehrling sehr viel allein machen, auch wenn es nicht stimmt, wird es ihnen gezeigt, dass es ausgebessert wird. Wir haben viele Lehrlinge und wir machen über das Jahr einige Veranstaltungen, das dauert man. Musik 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 Ganz wichtig ist, geht es viel schnuppern, kommt zu der Firma EIMTEK, schaut euch einmal an, mir hat es taugt und ich bin hier jetzt der Lehrling und vielleicht wird man es sehen. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017